Hallo und herzlich willkommen hier aus Düsseldorf, liebe Börseninteressierte. Wir wollen uns die charttechnischen Perspektiven des Goldpreises heute näher und intensiver anschauen. Und das tun wir aus sehr, sehr gutem Grunde. Ja, bisher noch nicht groß kommuniziert, aber möglicherweise gelingt dem Goldpreis Ende Oktober jetzt ein ganz besonderes Kunststück, nämlich der höchste Monatsschlusskurs der Historie. Da kann man Haken hinter machen, wenn Gold tatsächlich oberhalb der Marke von 1.990 Dollar schließen sollte. Also sehr, sehr spannend das Edelmetall im Moment und es wird noch ein bisschen spannender, wenn man einen anderen Einstieg, einen anderen Betrachtungswinkel, so will ich es nennen und formulieren, mal wählt. Für uns ist es eine Pflichtaufgabe bei unseren Analysen des Edelmetalls auch mal die Kursentwicklung des Goldpreises in verschiedenen, in unterschiedlichen Währungen zu beleuchten. Tun wir regelmäßig und wenn man sich die Kursentwicklung des Jahres 2023 nicht nur in der uns so vertrauten Dollarnotiz anschaut, sondern auch mal aus Sicht eines Euro-Investors, aus Sicht japanischer Investoren oder in britischen Funden gerechnet, dann ist es unisono eine sehr konstruktive Entwicklung, aber gerade in den genannten Währungspaaren Euro, britische Funde, japanische Yen haben wir zuletzt sogar neue Jahreshochs beim Goldpreis bei der Entwicklung gesehen. Und damit drängt sich so ein bisschen die Gretchenfrage im Moment auf, ist diese Entwicklung in verschiedenen Währungen, in unterschiedlichen Währungen möglicherweise eine Steilvorlage für die äquivalente Weichenstellung in der uns so viel mehr vertrauten US-Dollar-Notiz? Denn das wäre aus Dollarsicht wirklich auch verbunden mit neuen historischen Rekordständen. Und diese Analyse, diesen Betrachtungswinkel haben wir sehr stark vertieft in der Analyse im HSBC Daily Trading in den letzten Tagen. Also einfach mal auf unsere Webseite schauen, da haben wir einen Archiv, da findet ihr dann auch die entsprechende Analyse. Also Aufhänger der heutigen Sendung einmal möglicherweise der höchste Monatsschlusskurs der Historie und zum Zweiten diese Steilvorlage, die aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln und unterschiedlichen Währungen herrühren. Das reicht uns aber nicht, denn wir machen dann an der Stelle auch immer noch den Abgleich mit der konkreten charttechnischen Situation. Und wenn man den langfristigen Monatschart analysiert, dann ist es abseits des höchsten Monatsclosings der Geschichte auch so schon eine bemerkenswerte Monatskerze. Wir haben nämlich einen langfristigen gleitenden Durchschnitt, die 38-Monatslinie, eine Belastungsprobe. Ja, ist gar nicht so lange her, Anfang Oktober unterzogen. Aber die Klettungslinie hat sich dann als idealtypisches Sprungbrett herauskristallisiert. Und wir haben auf der Basis eine sehr dynamische weiße Monatskerze ausgeprägt. Und wenn man genauer hinschaut, ist es ein sechsfaches Bullish in Galfing. Das heißt, die Kerzenkörper der insgesamt sechs vorangegangenen Monate, die werden umschlossen. Es ist ein sehr konstruktives Kerzenmuster. Also der Oktober hatte es beim Goldpreis tatsächlich in sich. Und wenn man schon bei dieser langfristigen Chartbetrachtung ist, dann gibt es eine ganz alte Börsenweisheit, welche besagt Triple Bottoms Never Hold. Ja, also der Dreifachboden, der niemals hält und dann irgendwann im vierten Anlauf nach unten durchschlagen wird. Im Moment haben wir beim Goldpreis im Monatsbereich die spiegelverkehrte Situation. Wir sind dreimal auf die alten Rekordhochs gelaufen, 2070, 2072, in den Jahren 2020, 2022 und eben im bisherigen Jahresverlauf war hier in schöner Regelmäßigkeit oben. Und wenn man das sozusagen umdreht, diese alte Börsenweisheit, dann müsste man sozusagen formulieren, Triple Tops Always Break, also die Dreifachtops, die immer rausgenommen werden. Und das wäre natürlich ein charttechnisches Signal aus einer ganz anderen Güteklasse. Ja, der Vorstoß in uncharted territory, der Ausbruch, die Herausnahme dieser Dreifachhochs, das wäre dann wirklich eine Weichenstellung, wo die Börsenampel für den Goldpreis so richtig auf grün springen würde. Und einen weiteren argumentativen Pfeil habe ich noch im Köcher. Das ist das Thema Saisonalität. Ihr wisst, wir befinden uns auf den letzten Metern des US-Vorwahljahres, also angelehnt an den US-Präsenzschaftszyklus. Das Vorwahljahr ein sehr, sehr guter Teilabschnitt innerhalb dieser vier Jahre umspannenden Wahlzyklus. Und die letzten Meter, sprich der November, Dezember, die haben dann nochmal besonderen zyklischen Rückenwind oder zeichnen sich dadurch aus. Salopp formuliert könnte man sagen, die etwas andere Jahresendrallye, die findet im US-Vorwahljahr im Edelmetallsektor und ganz konkret beim Goldpreis statt. In der Summe sind es wirklich sehr, sehr spannende Ausgangssituationen, die wir beim Goldpreis haben und auch charttechnisch extrem spannend die Lage. Also es lohnt sich, diesen Chart intensiv zu betrachten und zu analysieren. Wenn es den Ausbruch gibt, werden wir es ganz sicher auch im Daily Trading und möglicherweise an dieser Stelle hier kommunizieren. So, das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euer Interesse. Macht's gut, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss aus Düsseldorf. Vielen Dank. Tschüss aus Düsseldorf.